Hey, wie kann ich dir helfen? Okay, du suchst deinen Job. Ja, da können wir gleich mal in der Zeitung nachgucken. Aber sag mir doch am besten erstmal, was hast du denn so für Qualifikationen? Und was würdest du gerne machen? Okay. Eine Ausbildung. Wo hast du die gemacht? Ja, kenn ich sogar. Und wie hast du da abgeschlossen? Was waren denn da so typische Themen? Ja, und hast du danach dann dort weitergearbeitet nach der Ausbildung oder hast du woanders angefangen? Woanders, wo denn? Ja. Was machen die? Gut. Und hast du dich dann eher um die Buchführung gekümmert? Ah, okay. Ja, und würdest du das denn gerne weitermachen oder was anderes? Ja, kann ich voll verstehen. Okay. Aber ich denke mal, da wird man auf jeden Fall was finden. Das ist natürlich schwierig wegen der aktuellen Situation. Da gibt es nicht so viele Jobs bzw. es wollen nicht so viele Unternehmen gerade einstellen. Aber ich bin mir sicher, da finden wir auf jeden Fall was. Wir können auf jeden Fall mal gucken. Mit der Helvetia. Gut, ja. Sonst noch was? Hast du irgendwie mal einen Sprachkurs gemacht oder so? Oh ja, das ist voll richtig. Und auf welchem Niveau? Ja, das ist doch echt mega gut. Hast du dann wahrscheinlich auch so ein Zertifikat bekommen, oder? Ja. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal in der Zeitung, ob da irgendwas dabei ist. Wie viele Kilometer würdest du denn fahren? Ja, und klar. Okay. Ja, klar. Ja. Okay, in der Nähe ist sogar was. Ich schneide dir das mal aus und dann sammeln wir rein. Also hier habe ich was für dich gefunden, das trifft eigentlich genau auf dich zu oder beziehungsweise auf deine Wünsche und wer hier auch in der Nähe, ich würde dir das einfach nochmal mitgeben. Ja, ich weiß nicht, das ist halt echt begrenzt, das Angebot leider. Da hätten wir noch was. Aber das ist auch in Teilzeit, du wolltest ja Vollzeit arbeiten, oder? Ja, das ist blöd. Also ein paar Sachen gibt es schon. Ich umkreise die jetzt mal für dich und gebe dir dann die Zeitung einfach mit. Hast du denn schon im Internet geschaut? Ja. Ja. Und hattest du da schon irgendwas gefunden? Ja. Ja, das ist doch super. Hast du dich da denn beworben, oder? Aber die haben sich noch nicht gemeldet? Doch. Okay. Okay. Also hast du da ein Vorstellungsgespräch bald, oder? Ja. Ja. Das ist doch super. Ja. Ja, wenn man dann kein Vorstellungsgespräch hatte, dann ist das auch erstmal komisch. Aber da brauchst du auf jeden Fall nicht aufgeregt sein. Also das wirst du schon ganz gut meistern. Genau. Du kannst dich einfach vorbereiten und im Internet vielleicht googeln nach den meistgestellten Fragen oder so und dann dazu schon im Voraus eine Antwort überlegen, sodass du nicht überrascht wirst im Gespräch. Aber wir haben ja doch einiges. Also vieles, was eben auch 30, 40 Kilometer weit weg ist, aber wenn du sagst, das ist für dich kein Problem dann. Wird das ja auch gehen. Wobei, das kann ich dir auch nochmal aussprechen und das ist auf einer anderen Seite. Ich gebe dir das auch mal so mit. Und sonst kannst du auch echt gut im Arbeitsamt mal nachfragen oder auf der Webseite gucken. Das wäre vielleicht auch noch was für dich. Okay. Das wäre vielleicht auch noch was für dich. Dann kannst du dir ja nochmal genau durchlesen und schauen, ob die wirklich zu dir passen. Denn es beruht ja immer auf Gegenseitigkeit, ne? Ja. Ich gebe dir das mal mit. Gut. Hast du alles oder? Ja? Ja, perfekt. Dann melde dich gerne, wenn du einen Job gefunden hast. Das würde mich freuen. Und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass das alles gut klappt. Und ansonsten rufe gerne an, wenn du noch was isst. Ja. Okay. Bis dann. Bis dann. Bis dann.